Ja, hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von der World of Warcraft Legion Beta. Wir waren hier bei dem wir ja zuletzt gewesen und kümmern uns jetzt um Agara. Agara kommt mir bekannt vor vom Namen her. Hm, oder was ähnliches. Gut, dann questen wir hier einfach ganz normal weiter. Wir hatten ja noch ein bisschen was zu töten. Und nehmen wir die noch mit. Hätten wir auch bei dem bleiben können. Letztendlich ist mir das nämlich egal. Irgendwie zuerst töten. Hauptsache es kommt kein Hortlau und nimmt uns das alles weg. Alles klar. Ach, okay, jetzt weiß ich woher ich Schaden nehme. Alles klar. Gut. Da waren es ein paar Harpien weniger. Ist ja nicht so, als hätte dieses Gebiet hier viele Harpien. Oder zu viele Harpien. Ich frage mich auch immer, wie die sich fortpflanzen. Ich meine, das sind ja alles anscheinend Weibchen. Ich finde, das ist eine berechtigte Frage, Leute. Wie pflanzen sich Harpien fort? Wenn du es wirst, schreibt es in die Kommentare. Oder lasst es lieber, weil dann ist es FSK 18, nehme ich an. Oder in diesem Fall USK 18. Oder generell einfach ab 18. Ja, hoffen wir mal ein bisschen zu Fuß unterwegs sein. Schadet ja niemanden. Hey. Gut. Da war das AOE-Feld im Weg, um es zu sehen. Oder so. Ähnlich. Wee. Egal, die Alte ist tot. Wir haben ein Problem weniger. Wir haben bisher nur eine Quest fertig, deswegen... Da ist eine Kiste. Die nehmen wir uns doch mal mit. Deine abscheulichen Achtung kannst du für dich behalten. Federvieh. Oh. Schön hat der Fakt-Power bekommen. Und zwar... Insgesamt... Moment. 50 und nochmal... Ne. 50. Hier habe ich eine Feder erhalten. Wenn ich da jetzt insgesamt, glaube ich, 3 oder 4 Items habe... Ich kann nicht damit einen Kleider herstellen. Dann kann man halt rumkleiden, wie ihr das aus dem... Wahrscheinlich schon aus anderen Gebieten kennt. Ja. Ist ganz nett. Als Demon Hunter kann man das ja generell... Zwar nicht in dem Umfang wie mit dem Kleider, aber... Oh, hier. Ich habe die doch gar nicht angegriffen. Sondern nur der Spacko. Nein, der ist natürlich kein Spacko, aber... Was habe ich denn mit am Hut, wenn der die angreift? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Wenn ihr mir das beantworten könnt, dann macht das mal. Ich gucke mich mal hier um, aber hier ist auch nichts. Ich brauche ja vor allem noch Kobolde. Die gibt es nämlich nicht so häufig. Die gibt es ja Gott sei Dank genug. Warum kann ich die nicht lupen? Nee, nee. Hä? Was war das? Achso, die da oben. Alles klar. Komm schon. Du hast sterben. Eigentlich bräuchte ich jetzt nur noch... Was sollen wir uns hier? Hier, 680 oder 680. Das größte Upgrade. Sogar zu blau geworden. Ja. Das ist nur die Frage. Wie wir an Kobolde kommen. Da unten waren, glaube ich, immer welche. Zumindest laufen die ja immer um 3er Pack rum. Um 3 könnte ich jetzt ganz gut gebrauchen. Aber es scheint nicht der Fall zu sein, dass hier Kobolde rumlaufen. Aber wir wollen uns auf jeden Fall noch die Fuchsblume, wenn wir da rankommen. Und eine Kiste. Und eine Kiste. Und eine Kiste. Das ist gut. Oh, der Ende dieses Partes, je nachdem. Gut. Es ist jetzt nur die Frage, wo die letzten 3 von diesen dreckigen Kobolden sind. Ähm... Ja. Anscheinend haben die Angst. Verstecken sich. Das wird's sein. Und wer kennt das nicht, dass NPCs Angst haben. Nimm einfach den mit. Brauche ich ja nur noch einen, also... Das ist dann kein Problem mehr. Der spawnt ja einfach nach. Relativ schnell an der Stelle. Störbvogel. Jetzt könnte ich noch nach oben gucken, ob da noch welche sind, aber... Ja, machen wir das einfach mal. Müssen da zwar nachher eh nochmal hoch, aber... Nee, aber bis auf die verpackte Harp hier... ...sehe ich gerade nichts. Was auf Kobolde schließen lässt. Ja. Könnt mich mal in Ruhe lassen. Ich glaube zwar nicht, dass hier wird... Nee. Da geht's nur um den Tod. Beim Teufelgast sterben will ich jetzt nicht unbedingt. Gerade beim letzten Part... ...unangenehme Tode. Und da ist er ja wieder. Aber wir schnappen den uns. Alles klar. Dann wäre das auch erledigt. Und wir können uns um... ...die letzte Quest hier kümmern. Und so, komm her. Lasagne. Himmelshorn. Hm. Mal gucken. Und eigentlich brauchen wir davon nichts, aber... Nochmal da hochreiten. Und ja, bitte tötet die Harpien. Die da aus dem Himmel gespawnt kommen. Nicht, dass sie sich immer weiter aus dem Boden scheißen. Das wäre ein bisschen unfair. Komm hier. Oh oh. Da habe ich was gespawnt, was ich gerne spawnen wollte. Äh. Pullen wollte. Kommt schon. Aber das passiert halt. Mit Barrage. Ach so, die Wex ist noch gar nicht tot. Oder die... ...Boss... ...Harpier. Jetzt schon. Nee, nee, nee. Kümmert euch da mal schnell um den Vogel hier. Da habt ihr schon Adlerreiter und anders. Gut, das wäre dann sinnvoller. Tötungsbefehl hat eine Chance. Nehmen wir mal das. Und hoffen, dass es sich upgradet. Tut es aber natürlich nicht. Das nehmen wir noch mit. Dann fliegt mich mal dahin, Aviash. Diese Part wird auch ein bisschen länger, glaube ich. Weil... ...danach gehen wir noch zur Volltrefferhütte. Wir haben hier neue Missionen an. Und kümmern uns um die Artefaktwaffe. Die kriegt nämlich dann zwei Upgrades. Weil es gibt die Nummer 100. Mit der nächsten Quest. Ja. Die könnten wir auch noch nach Dalaran noch. Aber... ...nicht unbedingt jetzt. Oder? Egal. Es ist... ...es die Entschuldigung dafür, dass der letzte Part so failhaft war. Ja. Ach ne, es ist so eine lange Questgeschichte. Mit viel Gerede. Alles klar. Alles klar. Dann... ...lass uns mal schneller gehen. Nazan. Hier. Komm schon. Noch ein Stück. Der Blink ist auch schon seit drei Kreuzungen an. Hiermit schwöre ich. Lassan. Himmelshorn. Häuptling. Der Stimme ist der Himmelshörner. Erneut hochbeckt die Treue. Alles klar. Dann hätten wir noch einen dazu geholt. Und kriegen 100. Also Fakt gemacht. Ja, dann teleportieren wir uns mal schnell nach Dalaran. Geben die Fuchsblumenquest an. Nehmen die nächste an. Dann noch so schnell nach Donaldtothem. Äh, Donaldtothem. Zur Volltrefferhütung. Dann sind wir auch mit dem Pod durch. Nachdem wir alles an der Volltrefferhütung abgeschlossen haben natürlich. Ach ja. Ist das schön. Die Landezeiten sind auch sehr schön. Was ich übrigens erwähnen wollte, sind ja die neuen Informationen zu Legion. Das sind insgesamt drei Raiders geplant. Also der erste besteht aus den ersten zwei Raids. Sozusagen. Emerald Nightmare und The Nighthold. Und es kommen noch zwei weitere Raids in diesem Add-on. In Legion. Dazu. Mindestens drei Patches. Vielleicht sogar mehr. Und im ersten soll es wohl so ein Mega-Dungeon geben. Was auch immer das Mega bedeuten soll. Äh, ja. Ich hab hier deine Proben. So, jetzt können wir Fuchsblumen auf Rang 1. Sammelt Fuchsblumen effektiver. Ich glaub, ab Rang 2 oder 1 kann auch schon das Fuchs brauen. Äh, aber das sehen wir ja noch. Was fliegt da durch? Vor allem durch. Macht Sinn. Dann wollen wir mal... Dann wollen wir mal... ...zu dem... ...zu der Taugendame hier. Talua. Ich hätte gerne einen Adler für den Weg zur Volltreffer, bitte. Das macht das Reisen angenehmer. Weil, äh, ja. Er lässt uns fallen. Sicher. Nee, das geht dann halt per Teleportation sozusagen. Per Schnellreise. Ja. Die Ladezeiten sind auch der Hammer. Komm schon. Lass mich zur Volltreffer heute, bitte. Ich will den Part nicht überlang machen. Überlang vor allen Dingen. Dankeschön. So. Die Chester unten brauchen wir nicht. Da können wir erstmal meine Artefaktwaffe zweimal steigern. Was ich relativ nice finde. Ähm, und zwar fokuserte Titanen. Damit wir dann hier Tötungsbefehl für, äh, haltet euch um 15% des Furchtens verursachten Schadens. Damit wir das als nächstes nehmen können. Dafür brauchen wir aber noch... Ein bisschen was. Ja, manchmal muss man das so machen. Alles klar. Wo waren die Quests? Draußen, okay. Jo. Haben wir irgendwas Feines bekommen. Artefakt macht. Vielleicht dem Charakter eine große Menge Erfahrung. 30.700. Äh, okay. Ist schon ein bisschen was. 30 KRP zu bekommen. Klingt mir auch nicht immer. Einfach so. Na, mal gucken. Ich bin ja berichtet. Ne, wir wollen kein zweites Artefakt. Ne, ne, das will ich nicht. Ich hätte noch eine Kleinigkeit machen und dann den Part beenden. Aber hier... Du bist ganz ohr. Du bist ganz ohr, finde ich gut. Du bist ja auch ein elf. Jetzt hast du ganz große ohr. Genug der schlechten Sprüche und... Zum Schluss. Was wollen wir denn? What the fuck macht? Und dann haben wir die ersten beiden Sachen hier. Einmal hier. Einmal hier. Dann einmal hier. Und einmal Scheiße. Ja, ja. Sagt man nicht. Aber... Ist halt so. Gut. Leute, das war's auch wieder für diesen Part. Und ich und mein Begleiter. Und er wahrscheinlich auch. Der Hörsch, der noch keinen Namen hat. Würde sich freuen, wenn er beim nächsten Mal wieder dabei wird. Ich seh grad, ich seh im Blau irgendwie komisch aus. Und wir werden uns freuen, wenn er beim nächsten Mal wieder dabei wird. Also, ciao.